Finde deine Lebensqualität und die Selbstheilungskräfte deines Körpers wieder. Und wie? Ja, meine Freunde, ich hatte auch einen schweren Weg. Ihr wisst ja, ich habe ja die Erkrankung, die Polyneuropathie. Schmerzen ohne Ende. Will ich gar nicht drauf eingehen. Ich will nur sagen, ich habe meinem Körper ein ganz großes Hochzeitsbuffet, kalt-warmes Buffet gegeben. Ich habe mir viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente gegeben. Für die Entzündung meines Körpers, für die Nerven, es ist ja eine Nervenerkrankung. Ich habe ihm alles gegeben, sehr viel. Und er dankt mir es. Er dankt mir jetzt. Ich habe weder Lebensqualität. Nur von den Mineralstoffen, Vitamine und Spurenelemente. Wollt ihr wissen, wie ich das gemacht habe? Kontaktiert mich. Ich gebe euch gerne eine Info. Unter dem Motto Gesundheit und Schönheit kommen von Ihnen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen Tag. Ich wünsche euch eine kind. Ich wünsche euch die Entzündung. Vielen Dank.